einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von faktorio so weiter geht die reise wir müssen jetzt das ganze ja umbauen das haben wir ja unten schon ein bisschen angefangen dort da brauchen wir jetzt noch ein paar sachen die werden uns jetzt mal ganz kurz bauen die acht haben wir schon wir gucken mal ganz kurz was wir so noch brauchen könnten auf jeden fall hier wieder welche von die sind ja schneller weg als mir lieb ist was man denn noch was wir brauchen wir hätten dass wir hätten die wir hatten die mehr als genug wir haben sogar noch eine und eine das ist auch gut die kann übrigens mal dahin ich schlappe schon die ganze zeit mit mir um brauchen wir gar nicht mehr ich glaube wir haben alles ich bin am überlegen ich es rattert gerade so was wir noch brauchen könnten ich glaube wir haben alles nie wir haben doch noch nicht alles wir nehmen noch zwei sachen mit und zwar würde ich gerne noch mitnehmen tunnels check dann hätte ich gerne die die check okay und dann dürfte das reichen ich hoffe i hope so okay wir laufen eben runter und stellen mal eben alles ein so ja was ist was was würde ich gerne tun warum hast du immer noch wait a minute wir hatten das problem hatte ich gerade eben schon mal tatsächlich dass der flüssigkeiten zurückbringt aber ich konnte eben nicht feststellen warum so wir gehen mal ganz kurz gucken also was heißt ich konnte nicht feststellen warum ich hatte vergessen ein kabel anzuschließen das habe ich bei ihnen geschlossen deswegen dachte ich okay funktioniert jetzt aber er hat direkt wieder neues geholt und das sollte eigentlich nicht der fall sein ja wie man schwer erkennen kann hier ist auch schon alles voll so ich glaube wir haben jetzt das problem ja genau okay ich sehe das problem ich sehe das problem okay wir müssen es anders machen die machen wir alle mal aus so das auch hallo hä bin ich doof ähm das na da okay jetzt okay und wir schließen jetzt eigentlich nur noch den da hinten an ähm für die bessere aussicht machen wir hier auch noch einen hin so dann das und dann das okay und hier tun wir jetzt mindestens was haben wir da gesagt äh 80.000 okay dann machen wir 200 moment wir haben wir haben darin 260.000 ich würde sagen wir machen das ganze dann auf 200.000 so in etwa jetzt müssen wir nur noch gucken dass wir das zeug hier rausgepumpt bekommen ähm habe ich eben auch so gemacht machen wir auch so äh bist du jetzt leer scheinbar und dann dürfte er eigentlich nicht mehr fahren hoffe ich doch ja wie man hier schon uns schwer erkennen kann ähm das lager ist voll ähm wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten so wie wir laufen eben runter zu unserer Baustelle ähm ja wie man auch eben uns schwer glaube ich erkennen kann ich habe so ein bisschen Fläche aufgefüllt befüllt ähm muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter machen aber das machen wir dann nach und nach wir müssen lang lang gucken dass wir an Rohstoffe kommen das ist viel wichtiger das ist viel wichtiger ähm und ich habe mir eben überlegt scheiße dass ich was vergessen habe ähm das habe ich mir auch gerade überlegt okay wir haben es wirklich vergessen kacke äh egal ähm kriegen wir aber gleich hier hin ich würde tatsächlich das Ganze doch nochmal hier neu bauen also wir haben es ja jetzt so stehen ich würde es doch umdrehen ähm zeige ich jetzt gleich mal äh warte mal das ist aber dann trotzdem so und zwar wir gehen versuchen längst zu gehen ähm warte mal das könnten wir eigentlich hier so kopieren das bleibt ja gleich warum sind da keine Moment äh hier stimmt aber irgendwas nicht jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen warte mal das so das da möchte ich gerne kopieren so ähm dann können wir das hier alles abreißen und dann können wir das einfügen so und zwar wir lassen ein bisschen spiel und bauen das circa hier hin ähm genau wir warten kurz dass hier alles weg ist ähm ja warum so ähm eigentlich ziemlich simpel eins zwei drei vier fünf und Nummer sechs okay eigentlich ziemlich simpel ähm es ist simpel ähm ähm haben wir hier das Problem das ich eben schon mal gesagt habe so wir haben ja hier ähm ein Input der relativ viel Rohstoff braucht ähm und da wir diesen so haben und da wir diesen so haben müssen wir ja gucken dass wir irgendwie anderweitig ähm den Schrott hier reinbekommen und daher war jetzt meine Idee folgendes ähm ähm okay warte mal das funktioniert aber auch nicht merke ich gerade das funktioniert auch nicht merke ich gerade ähm okay ähm okay ähm wir überlegen ich muss nochmal kurz überlegen ähm wenn du von da nach unten läufst wenn du von da nach unten läufst ähm Moment er braucht zwei okay äh wir müssen das glaube ich nochmal niedriger machen was heißt was passiert bei sechs okay was passiert bei vier dann sind es acht hm hm okay dann ist das alles scheiße was ich hier mache dann ist das alles tatsächlich scheiße was ich mache es rattert und rattert und rattert die ganze Zeit so wir können hier den besten aufbauen ähm ich hab schon ein paar Ideen so das ist nicht das Problem ähm Problem ist die der Plan der Umsetzung das ist eher das Hauptproblem was ich gerade habe ähm aber das da funktioniert auf jeden Fall nicht so ähm da 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 das funktioniert auf jeden Fall nicht also für mich steht auf jeden Fall fest wir fangen hier links an weil dieser Husten alter dieser Husten weil wir hier ja sagen er muss das ganze ja hier outputen ups so so okay ähm das bedeutet wir machen hier das 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 und das hin dann wird nämlich hier hahaha das funktioniert gar nicht äh Moment äh ausschneiden das daneben war wir bauen das nämlich hier hin wir bauen es dort hin ist das nicht sogar ein bisschen besser ähm nee das passt nicht okay schade das passt leider nicht so ähm okay das passt leider nicht ich ich muss mal ganz kurz hier was gucken und zwar wenn ich das jetzt hier hinbauen würde hier hoppala da hä macht der denn da so wenn ich das jetzt hier hinbauen würde würde hier wo ich stehe die erste die erste output kommen also da okay das würde funktionieren so ich stehe im Weg so hier müssen wir jetzt bauen eins zwei drei vier fünf sechs 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 okay ähm es rattert gerade es rattert ich bin wirklich so gerade so ein paar Sachen irgendwie am überlegen aber irgendwie ähm weiß ich jetzt noch nicht ähm vier auf was ist denn machen wir dann vier auf zwei vier auf eins ähm okay warte mal warum gibt es denn vier auf eins nicht hä ist doch Lugumbetrug hier was ist das denn es gibt alles auf eins aber nur die vier auf eins oder was ähm ähm ja äh okay äh vier auf eins ist es nicht gegeben ähm das ist jetzt auch nochmal blöd aber könnte ich vier auf warte mal haben wir vier auf zwei äh haben wir vier auf zwei ach nee auch nicht vier auf fünf kann ich anbieten natürlich vier auf drei kann ich anbieten aber es bringt mir halt auch nichts okay das ist blöd ähm okay es muss nochmal neu rad haben du hast hier vier ausgänge ist das nicht scheißegal warum mache ich mir denn eigentlich schon wieder einen Kopf da drüber wir bauen jetzt hier das dinge nähen so wir gucken mal ganz kurz in die in das Bild hin wir sagen von jedem machen wir zwei Stück so das wäre ein Bild Moment ähm was wäre bei vier acht zwei was wäre bei drei sechs drei okay wir machen pro Dingen drei Stück dann würde es nämlich genau auf einen alles auf einen eine Linie passen ähm ich muss kurz überlegen ähm zwei hier zwei dort zwei da so dann müssen wir hier den Output machen hier den Input äh da da hier und dort fehlt noch was Strom natürlich ja so Strom ist auch da das wäre zwei drei vier fünf sechs ich weiß noch nicht ob das funktioniert würde aber hoffe ich ist halt ein bisschen kleiner als wir eigentlich erwartet haben oder eigentlich bauen wollten aber ähm ja wir müssen dann wohl auf die roten Förderbänder warten oder keine Ahnung wie wir es dann später machen werden das sind ja Massen die hier bewegt werden ähm so und der letzte muss noch umgestellt werden okay so dann haben wir alles ähm so tja wie machen wir das äh ich hab heute so viele ich mein Kopf ist irgendwie so ein bisschen leer gerade beim Bauen das ist das ist glaube ich gerade das Problem so ähm am liebsten wäre mir jetzt Moment das könnten wir eigentlich einstellen das können wir tatsächlich einstellen Moment ähm wir machen das hier jetzt mal ein bisschen anders ähm und zwar wir machen einfach den Move so ähm die werden wir dann irgendwann erweitern und dann ja wie sagt man so schön Arschlecken ähm so so na komm dann müssen wir aber dann ist wieder der Monk da sorry aber dann ist wieder der Monk da okay wenn wir das nämlich jetzt so machen ähm haben wir nämlich genau nur eine Linie das bedeutet er ist die blaue Linie kluck 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 so der Rau räumt raus das ist die nächste das ist die nächste das ist die nächste das ist die nächste das ist die allernächste und das ist auch schon die letzte bitte Alexa stopp was will sie denn jetzt erst mal redet Alexa mit mir warum redet Alexa mit mir halt den Bubble Mann dann so okay ähm wie gesagt ist das nicht so jetzt wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe ich bin ehrlich ähm aber shit happens okay ups da habe ich einen vergessen so und der auch noch okay jetzt muss ich nur noch einmal einstellen also der erste ist blau der zweite äh Moment können wir das nicht direkt so machen erste blau ja müssen wir könnten wir so dann das dann dieses dann jenes dann das und dann der rote so und somit haben wir das auch fertig so jetzt brauchen wir ein bisschen Strom hier unten und dann müsste es eigentlich auch funktionieren oder anders sollte es funktionieren so ich hoffe der hat Strom drin jo er hat Strom drin sehr gut okay ähm so wir machen noch eben die Verkabelung fertig das heißt das nach hier das nach da das nach da das hier hin das dorthin das an die Ampel dann an die Ampel kommt das Ding dann wird das verbunden hier unten kommt Anforderung und zwar Anforderungsgrenze ne ne mindestens Anforderung weiß ich nicht 1000 ich hab keine Ahnung so ähm jetzt müssen wir die die Dinger versenden äh die müssten hierbei gewesen sein jo okay Minus wir fangen mal ganz kurz klein an ich weiß nämlich nicht wie es funktioniert ich bin ehrlich wir fangen mal ganz klein an und schauen dann mal weiter was denn dann da rauskommt oder eben nicht so dann haben wir noch zwei dann haben wir noch einen so okay gut dann haben wir sie alle ist der welcher Zug steht da okay alles gut das ist Feini wo ist denn der andere hä du hast noch okay 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 so im Regelfall dürfte es jetzt funktionieren im Regelfall ich sag wieder im Regelfall ähm wir verbinden das dann können wir eigentlich auch das da mal verbinden da machen wir das mal so okay äh also ja jetzt war ich kurz am überlegen warum also kommt hier unten kein Strom an so passt so und jetzt ja jetzt wird es halt interessant jetzt müssen wir mal gucken wie wir das machen wir haben hier 1 2 3 4 5 6 wir bräuchten eigentlich ein 6 zu 4er ähm 6 zu 4er ähm 6 zu 4er darum 6 zu 4er so dann tun wir das mal ganz kurz da dran dann das aktualisieren da war ein Fehler drin äh da ist auch ein Fehler drin und da drüber auch Himmelgott was mach ich denn da so das kommt nochmal weg das kommt hin das kommt hin das kommt hin nein ich hab kein Sand mehr mit äh naja müssen wir es halt so eben einmal ein bisserl rumfregeln hier so äh 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 was machst du denn da oben dämt 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 so da kommen schon die ersten Rohstoffe an das ist gut ähm den müssen wir nochmal weg machen so den machen wir weg den machen wir weg okay gut bis dahin haben wir das auch fertig ich bin wieder maßlos am überziehen sehe ich gerade aber das möchte ich gar nicht nur fertig machen ich bin ehrlich dass da dran das und das kommen hier an nein hallo geht daran okay und damit sind wir eigentlich ich hoffe fertig oder bin gleich rohstoffe hier lang fließen bin ich glücklich und da kommen kommen auch die ersten sachen perfekt also es scheint alles zu funktionieren wir gucken mal ganz gut runter und hier läuft doch alles mehr oder weniger sehe ich gerade aber dass das das ist das war ja klar dass wir hier wieder so kleine sachen haben die wir vergessen haben einzustellen aber das kriegen wir tatsächlich hin ziemlich schnell sogar so und der letzte noch der auch noch okay perfekt und somit haben wir es laufen ich sage bis hierhin vielen vielen dank fürs einschalten vielen vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn ihr lust habt bis dahin tschüss